Jo, willkommen zurück. Ich habe nicht auf die Aufnahme geguckt und habe gar nicht gemerkt, dass 10 Minuten schon um sind. Wir machen jetzt hier einfach weiter. Ähm... Ja, ja, ja. Jo. Adler. Äh, Adler. Drache. Ach, Adler. Ja. Jetzt geht's voran. Jetzt wird's vorangehen. Nein, nicht wirklich. Hm. Ach, guck mal, die passen doch. Und so, die Trauen passen nicht. Okay. Gut zu wissen. Was bist du? Für was bist du? Dafür nicht. Ähm... Zum Dreiecks-Ding. Jo, perfekt. Perfekt. Zweier Ding. Vierer Ding. Vierer Ding, wie sich das anhört, Alter. Ähm... Es ist nicht leicht. Vielleicht ist es ganz und gar nicht leicht. Also, ähm... Wenn ihr eine Herausforderung haben wollt, spielt dieses Spiel. Ähm... Boah... Das ist echt... Echt der Hammer. Ähm... Geht nicht, geht nicht. Du... Du würdest... Gehen zum Anklicken. Du gehst zum Anklicken. Du gehst zum Anklicken. Du gehst zum Anklicken. Du, 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 du. Warte mal. Diese Säulen, die sind ja... Dich geht... Oder du gehst wiederum nicht. Diese Vierer-Säulen gibt's momentan hier nicht. Nicht, wenn ich recht gucke. Dich gibt's momentan hier auch nicht drin. Bist wahrscheinlich noch darunter irgendwo. Ha... Dieser blöde Drache müsste hier mal weg. Boah... Es ist echt nicht leicht. Also... Aha... Wie war denn weiter, Leute? Ich weiß echt nicht weiter. Ähm... Ich klicke mal. Drängt nix. Also, ich glaube... Hm... Ich will das schaffen. Schaffen will ich das. Äh... Nee, also... Ich sehe hier keine Möglichkeiten mehr. Warte mal. Der Zweier, der... Der war doch hier noch irgendwo. Naja, anscheinend nicht. Boah, dieser Dreier. Dieser scheiß Drache, ne? Der geht da aber auch nicht weg. Leider. Hm... Also... Schade. Also, ich würde sagen... Erstes... Fail. Mit... Dem... Mit der Schildkritte, oder was das war. Kann man denn irgendwie... Speichern... Speichern... Ich spiele immer beim Beenden speichern. Dann speichere ich das Spiel mal und nehme es vielleicht nochmal irgendwann auf. Und ansonsten geht es dann... Wildkröte, Löwe, glaube ich. Weil ich hier... Nichts mehr sehe, was gehen würde. Ne, sehe ich... Ich sehe nichts mehr. Wenn ihr was seht, schreibt... Ich sehe nichts mehr. Vielen Dank.